Belfast ist der neue Film von Kenneth Branagh und erzählt fiktional autobiografisch einen kleinen Part seiner Kindheit in Belfast. Und ob der Film wirklich sieben Oscar-Nominierungen verdient hat, das erfahrt ihr jetzt. Der Protagonist vom Film ist der neunjährige Buddy, der in Belfast der 60er Jahre aufwächst. Seine Familie ist eher in der Arbeiterklasse platziert. Es geht um seine erste Liebe, es geht um sein Leben in Belfast. Es geht um die Aufstände, die 1969 in Belfast ausgebrochen sind. Und so wird ein schönes Bild von Belfast zu dieser Zeit gezeichnet. Die Perspektive des Kindes, wie diese Geschichte erzählt wird, hat mir sehr gut gefallen. Also das ist ein Pluspunkt vom Film. Im Herzen steht der Konflikt zwischen der Liebe zu der Stadt Belfast und den Menschen da drin. Und der Bedrohung, die tatsächlich dort herrscht zu diesem Zeitpunkt. Ich hatte ein bisschen das Problem, dass zum einen ich die Bedrohung nicht wirklich empfunden habe. Und deswegen der Film für mich wenig Spannung aufgebaut hat. Und auf der anderen Seite tatsächlich diese Liebe zu der Stadt hier und da bei mir nicht richtig Klick gemacht hat. Also das habe ich einfach nicht richtig gespürt, während ich den Film geguckt habe. Ich finde gerade diesen Bedrohungspart, da man das ja aus der Sicht von Buddy sieht, also aus so einem Kind, war das gut so rübergebracht, weil der das einfach nicht ganz so greifen kann, was da für eine Bedrohung ist. Und eigentlich fand ich diese Liebe zu der Stadt und das hat alles sehr gut funktioniert. Also ich fand das sehr herzlich, sehr herzerwärmend alles. Teilweise ist es ein bisschen schwierig, ein paar Dialoge und ein paar Szenen auch, würde ich sagen. Die wirken so ein bisschen inszeniert, also wirklich sehr stark konstruiert. Das ist so ein kleiner Minuspunkt von mir. Genau, man merkt die Szenen, wo sie das erwecken wollen, so dieses Gefühl. Und ich finde auch den dramatischen Höhepunkt von dem Film sehr schwach. Also der hat für mich tatsächlich nicht funktioniert. Vielleicht kann man auch noch mal kurz zusammenfassend sagen, auch wenn man den Trailer sieht, es geht nicht hauptsächlich um den Nordirland-Konflikt, sondern es geht um eine Familie, die zu diesen Zeiten lebt. Genau. Jude Hill spielt hier Buddy, also ist das Nachwuchstalent und macht absolut einen soliden Job. Ist immer ein bisschen schwer, Nachwuchskinder-Darsteller, sag ich mal, zu bewerten, aber kann man auf jeden Fall keine Kritik dran bringen. Er rennt sehr lustig. Er rennt super, herrlich. Hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Dann haben wir Judi Dench als Oma, die auch eine Nominierung bekommen hat für den Oscar und absolut erste Sahne. Und erste Sahne ist genauso Katrina Balf als Mutter von Buddy und Kieran Hines als der Großvater. Also gerade diese Charaktere funktionieren wunderbar. Die sind auf höchst Niveau, würde ich behaupten. Aber auch gerade dadurch, dass viele Close-Ups von der Kamera sind, sieht man viel, man sieht Emotionen in den Gesichtern, super viel Mimik und das Ganze funktioniert demnach einfach. Und insgesamt kommt durch diese ganzen gefühlvollen Momente eine super Stimmung auf. Die Familie wirkt super und das macht tierisch Laune. Das würde ich unterschreiben. Also die Familiendynamik hat echt wirklich sehr gut funktioniert. Aber auch da, wie du eben richtig gesagt hast, die Bedrohung steht nicht im Vordergrund, aber die Bedrohung wird manifestiert in einem Charakter, nämlich Billy heißt er. Und das, den fand ich sehr schwach. Also die unterliegende Spannung wird da einfach nicht erzeugt. Also da hätte ich einen Kritikpunkt. Aber bei der Familie stimme ich dazu. Ich finde, den hätte man komplett rauslassen können. Wahrscheinlich sogar schon. Und wie immer noch ein paar Worte zu der Produktion. Da sind mir zwei Sachen zentral aufgefallen. Zum einen der Aufbau der Shots. Hier ist sehr schön realisiert, dass man das lauschende Kind an dem einen Ende des Bildes immer hat und den Dialog zwischen den Charakteren auf der anderen Seite des Bildes sehr schön gemacht für die Perspektive. Und dann das Schwarz-Weiß, was natürlich prägnant ist. Ausnahmsweise hat mir das die ihren nicht so gut gefallen, weil es mich zeitlich ein bisschen rausgeworfen hat, als ich den Film gesehen habe. Im Endeffekt habe ich verstanden, als ich die Fotos aus den Zeitungen von damals gesehen habe, dass dadurch halt dieses Gefühl geweckt wird tatsächlich. Aber 69, vergleichsweise spät für Schwarz-Weiß. Was mir daran aber gut gefallen hat wiederum, ist die Farbe in Filmen und im Theater, was hier umgesetzt wurde innerhalb des Films. Und das ist mir positiv aufgefallen. Ja, also gerade dieses Schwarz-Weiß, das wirkt immer so ein bisschen künstlerischer und man hat so ein bisschen das Gefühl, ist das so ein bisschen Oscar-Bate-mäßig. Aber ich fand es tatsächlich eigentlich ganz cool. Für mich ist das weit in der Vergangenheit, vor meiner Zeit und irgendwie wirkt es damit für mich historisch. Und also hat zumindest, finde ich, keinen negativen Eindruck hinterlassen. Zusätzlich, wo ich aber einen bisschen negativen Punkt habe, ist, dass vielleicht liegt es auch durch diese Straße und durch dieses Setting, aber es wirkt zum Teil sehr konstruiert gebaut. Mag, wie gesagt, daran liegen, dass Irlands Straße wirklich, also auf der das hauptsächlich spielt, fast wie ein Setting wirkt. Aber insgesamt fand ich es so ein bisschen... Es wirkt auch ein bisschen klein, finde ich. Ja. Ja, das ist richtig. Tatsächlich, ja. Und ein letzter Punkt, soundmäßig, groß Thumbs up, muss ich da einfach sagen. Van Morrison steckt dahinter und da gibt es ein paar Szenen, gerade zum Ende, wo eine kleine Feier, sage ich mal, ist und macht tierisch Laune und funktioniert. Ja, stimmt. Bevor wir zum Fazit kommen, wenn euch kurz geticken und auch mal ein langes Palabra über Filme und Serien gefallen, dann lasst uns sehr gerne ein Abo und ein Like da. Wir danken euch. Es gibt insgesamt ein paar Abzüge bezüglich der Inszenierung, bezüglich des Antagonisten, könnte man sagen. Aber insgesamt ist Belfast für mich ein super herzerwärmender Film, der super funktioniert, auch mit dem Schwarz-Weiß. Im Vordergrund muss man halt sagen, steht eine Familie mit Konflikten, mit eigenen Beziehungen zueinander. Und wenn man sich darauf einlässt, dann ist das wirklich ein Film, der absolut Gefühle und Emotionen weckt und mir tatsächlich super Spaß gemacht hat. Deshalb vier Sterne von mir. Ja, er hat bei mir nicht ganz so Klick gemacht wie bei dir und es ist wahrscheinlich ein bisschen die Gefühlslage beim Schauen tatsächlich. Ich fand ihn ein bisschen langweilig, muss ich leider sagen. Deswegen kriegt er von mir nur drei fünf Sterne.